Also, der wirft mich nur hoch. Aber ich kann nicht weiter nach vorne machen. Ich kann ihn noch mal drücken. Das macht er erst, wenn er landet. Oh, was ist denn das da oben eigentlich? Womit? Uh-huh. 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 Was ist das? Nee, da wollen wir nicht mehr runterfallen. Ja, da wollen wir nicht mehr runterfallen. Ja, da wollen wir nicht mehr runterfallen. Oh, toll. Junge, ich habe keinen Stab für dich. Bäh. Das ist jetzt aber doof gelaufen, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich mal einen gefunden und habe keinen Stab. Oh, wie lebt ist das denn? Oh, wie lebt ist das denn? Ja, schade. Das ist eine Tür. Nur mal so. Oh, wie lebt ist das denn? Wieso nicht? Ich wette, ich kann auf der anderen Seite die Tür aufmachen. Jetzt komme ich gerade durcheinander mit den Knippes. Das ist alles. Das ist alles. Da geht's. Da fehlt mir natürlich was. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Ich hole mir mal ganz hier gerade Blümchennachschub. Was bringt mir das jetzt? Ich steig da gerade noch nicht so durch. Was heißt noch nicht so gerade? Ich steig da überhaupt nicht durch. Also, lass mich raten. Die Kugel da oben, diese da, wird hier runterrollen und dann da unten reinpumpen. Und dann ist dicht. Die sehe ich jetzt erst. Alles klar. Ich muss schon wieder aufs Klo. Oh, ist das nervig. Extreme nur noch mit Windeln. Glaube ich. So. Und jetzt löst sich die Kugel, ne? Und jetzt überschwemmen wir gerade alles. Okay. Aber jetzt kommen wir da hinten hin. Aha. Oho. Hihi. Gut. Und da muss ich, ich muss da gerade echt noch mal kurz ne Pause machen. Halt. Hüfter ist nix. Hüfter ist nix. So. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment bitte. Ja. Ja. Wir waren da jetzt durch. Können wir nochmal links rein. Patsche, patsche, patsche. Rechts rein. Ist auch nix. So. Gehen wir mal weiter gucken. Was es hier so gibt. Oh toll. Ähm. 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 Äh. Äh. Also. Hüfter. Was? Mein Fuchs steht Kopf. Aha. Gut. Mal gucken, wann wir den dann finden. Oh. Nein. Das will ich mitnehmen. Rein in den Mund. Schauen wir mal. Kann ich? Ah. Oh. Es knistert. Da. Oh. Sehr gut. Ah. Oh. Oh. Lebe wohl. So. Wir mach mal den hier. Haben wir hier Aufladungsblümchen? Da. Gib mir, Blume. Gib es mir. Los, gib, gib. Danke sehr. Danke sehr. So, okay. Und den haben wir jetzt auch. Und jetzt? Öh, nix. Oder wie oder wo oder wann? Okay, es gibt keine Map. Man muss alles selber erforschen. Irgendwie muss ich gerade daran denken, ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck und ich weiß, was drin ist. Hier links, meinst du? Gut. Na, wenn du das sagst. Oh, ich liebe dieses Wusch. Warum machen wir rote Flecken auf dem Rasen? Euer Dios. Ich war nicht. Ich war nicht. Bis zum nächsten Mal.